Hey, was geht ab? Hier ist der Dwayne LP am Start mit Lego Marvel Super Heroes. Yeah, richtig ausgesprochen. Und zwar hat mich das Spiel, muss ich es echt sagen, das Spiel etwas animiert, die ganzen verfickten Marvel Filme zu gucken, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also sprich, Superman, Amazing, ja, dann Captain America, dann Iron Man, dann The Avengers, was habe ich noch geguckt, den Hulk, den unglaublichen Hulk habe ich geguckt und hast du nicht gesehen und das ist schon krass viel gewesen, also richtig viel Infos, Job. Und jetzt weiß ich wenigstens, dass Captain America, der erste Adventure, äh, der erste Adventure war, Adventure, Adventure? Der erste, der allerersten Adventure war und Red Skull, der erste Bösewicht war, der gegen die Avengers gekämpft hat. Und, ähm, und Tony Starks Vater, also von Tony Stark, also der, Herr Stark, also der Senior Stark jetzt mal von Captain America, äh, in dem Film, hat halt, äh, Captain America erschaffen. Und Tony Stark hat sich selbst erschaffen mit seiner Idee von Iron Man. Und, äh, ich finde das viel, ziemlich geil und ich muss echt sagen, so viel Lernstoff, das ist krass, weil ich habe mich schon oft gefragt, äh, wer ist der Red Skull beispielsweise? Und der Red Skull, äh, ist der Bösewicht für Captain America. Und der, äh, irgendwie, also der, der andere Hulk, der Böse Hulk, na, also der Böse, Böse, klubschige, gefickte Dinosaurier-Hulk, das ist halt, äh, der Typ, der von dem unglaublichen Hulk halt, ähm, halt, äh, selbst zum Hulk werden wollte und dabei ein bisschen was schiefgelaufen ist und deswegen, ja, ist er dann halt zum hässlichen Hulk geworden und, also, ist schon krass, also wie das alles so, wie schon verknüpft ist, so die ganzen Marvel-Geschichten und so, ist schon geil, muss ich sagen. So, was will der, wer? Ja, machen wir doch mit Vergnügen, äh, sieht man das jetzt wenigstens auf der Karte? Ja, sieht man das jetzt wenigstens auf der Karte. Ach, 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 wie seht ihr, das Feuer hat mich gleich zu miesen gebracht. Ach, ach, nochmals, Entschuldigung, boah. Oh, da geht es gar nicht hier rein, der ist da hinten. Oh, okay. Aber wir müssen mal ganz schnell da hoch, weil Da gibt es nämlich einen Stein Uh, eine Million, Alter Das ist ja richtig hart, Mann Komm schon Ich finde es schade, dass man sich nicht im Spiegelbild sieht Also, das hätten sie wirklich Doch, man sieht sich Etwas, ein roter Ein Highlander Shiner In der Bump Später Komm schon Erstmal ein bisschen Antrieb Boah Hier, wo sind das noch Gebäude Na, in jeden Fall Ich bin total der Marvel-Held Bei mir wird ja bald Der Kanal relaunched Also sprich, ich kriege halt einen neuen Kanal-Banner Und neuen Avatar und so Und, ähm Das Geile ist ja daran Also das Schöne daran ist ja eigentlich halt Oh, jetzt klemme ich fest Ähm Dass es halt in einem leichten Marvel-Comic-Look gehalten wird Also Alter Kommst du jetzt mal klar? Und das finde ich halt schon Übelst awesome eigentlich Ah, okay Das ist was für Iron Man Hätte mir aufdenken können Aber die Steine nehme ich mir mit Und das ist bestimmt für Iron Man Gut So, wir müssen nämlich dahin So, wo es leuchtet So, wir müssen nämlich dahin, wo es leuchtet Hat's weh getan Das wissen wir doch. Okay, ne Frage. Wie komme ich jetzt an den Stein? Mehr ehrlich jetzt. Wie komme ich jetzt an den Stein? Muss ich irgendwie über das bauen? Oh, jetzt kriege ich wieder ne Nachricht. Schau, nehm ich auf, kriege ich beim Handy ne Nachricht. Also irgendwie muss man da viel irgendwo reinkommen, oder? Also da rankommen an den Stein. Ah! Babel, natürlich. Oh nein. Das kann nur Venom. Willst du mich verarschen? Venom. Achso, ich kann ja auch die böse, die böse, böse, böse Wüste nehmen. Aber ich hab das immer noch nicht rausgefunden, wie man die wechseln kann. Ah, okay. Das ist doch so ein Teil, was man wechseln kann. Hm. Charakter wählen. Da ist der liebe Venom. Und da wechseln wir mal den lieben Venom. So. Zack. Zack. Ah, okay. Easy. So. Das war der eine Stein. Komm schon, den Weg dann. Arsch. Ich will wieder die menschliche Fackel haben. So. Es gibt so viel zu entdecken an diesem Spiel. Aber ich muss mal ganz kurz... Ich hab da diese Gedanken. Ja, und es ist schon ein riesengroßes Spiel. Hier bin ich wieder. Ich kann mein Handy eigentlich nie ignorieren. Ey, ne. Das muss ich echt wieder an mir abgewöhnen, dass ich mir beim LP halt das Handy zu lautlos machen muss, ey. Und eigentlich könnte ich... Ja, einen Helden zusammenbasteln. Aber ich muss jetzt erstmal da hin. Wow, menschliche Fackel. Komm schon. So, das muss hier irgendwo sein, aber... Alter, jetzt geht noch mein Wecker um zwölf. Weißt du, das ist ziemlich geil. Awesome. Alter, jetzt muss ich wieder zurücklaufen, oder was? Willst du mich verarschen? Ja, dann laufen wir halt zurück. Die Quest machen wir noch fertig hier. Ich will nicht nur immer die Haupt-Mission spielen, ich will auch mal ein paar Quest spielen. Wischen was von der Welt sehen. Von der Marvel-Hero-Welt natürlich. Ein paar Steine sammeln dazu. Hier langlaufen erstmal. Ja, dieses Jahr kommen ja auch richtig geile Marvel-Filme wieder raus. Also, es kommt halt beispielsweise der zweite Teil von Captain America raus. Der zweite Teil von Spider-Man Amazing kommt raus. Es kommt alles raus. Es kommt so viel Arsch, viel raus von Marvel. Kommt noch dieses Jahr raus. Ähm, Robocop gehört nicht zu Marvel, glaube ich. Nee. Und, ähm... Gehört richtig viel zu. So, ja. Ah. Ich muss schon wieder niesen, Alter. Tun wir echt gleich mal. Oh, jetzt zuckt noch mein Auge. Ja. Also, irgendwie, keine Ahnung, spielt mein Körper zurzeit richtig krass verrückt. Oh, das ist mir egal. Hauptsache, Spiegel, ich habe Spaß am Spielen. So. Bam. Ja, ähm. Ähm. Ja, es ist halt... Ich halt schon... Geil, das Spiel. Und dafür kriegt man natürlich einen Stein. Und natürlich wurde ja gesagt, dass wir, äh, dies erhitzen können. Und somit... Alter, du sollst die Kacke erhitzen. Da haben wir ihn doch. Wuhu. Erstmal die Steine schnell einsammeln hier. Und da haben wir unseren 18. Stein. Dieser Hulk hat doch bestimmt irgendein Komplex. Dieser Hulk hat doch bestimmt irgendein Komplex. Äh, irgendwie haben alle Helden einen Komplex. Das finde ich total geil, finde ich. Au. So. Da laufen wir jetzt mal zur Hauptfest. Na, du läufst doch sonst immer schneller. Du kannst von Fahrzeugprüfstellen aus direkt zum Schild Heli- 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 Kaffee- Dunkelkern. Alter, wieso ist das denn so langsam? Oder fliegen wir mal ein bisschen. Wuuu. Da müssen wir abbiegen. Oh, da ist eine goldene Figur. Dürfen wir natürlich nicht entgehen lassen. Und da ist noch einer. Hm. Okay, dann ist das das, was ich mit Tony Stark machen kann. Und da ist, äh... Lieder, äh, Lieder kenne ich gerade nicht. Äh, kann ich gerade nicht sagen, wer das ist. Und was steht da? Komm, Mr. Dweck- Wanganda. Close- Closing down. Sit. Okay. Okay. Da ist wieder ein Schnau. Wolle kann man gerade nicht ran. Äh... Müssen wir mal gucken, mit wem wir das machen können. Also bestimmt nicht, äh... Ist ja jetzt auch egal. Dum, 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 dum. Joa. Also ich muss gerade sagen, ich bin 25 Jahre und, ähm... Ich bin echt, 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 echt gut eigentlich dabei gewesen. Dass ich die ganzen Marvel Comics noch mitbekommen habe. Also... Halt die, die ich wirklich kenne, so Hulk, Spider-Man, Silver-Server und all solche Dinge.